Willkommen liebe Leute, zu einem neuen Video Let's Play. Ja wie ihr seht, wir spielen Minecraft Pocket Edition. Und jetzt spielen wir ein Labyrinth. Ja, ein Labyrinth, richtig gehört. Ok, da fangen wir an. Und das ist nämlich fair. Und ich würd mich nicht gut freuen, wie er das jetzt gedacht hat. Tschüss. Und vielleicht, ja, doch doch. So, so, so. Nein. Mann, 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 Mann. Mann, Leute, ich weiß nicht vorhin. Leute, ich weiß nicht vorhin. Ok, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wir haben jetzt so ein Amazing Labyrinth. Und das ist ziemlich cool, wie ihr seht. Wow, wo waren wir? Ja, ok. Jetzt kommt's ruhig an los. Wir gehen da, da, da. Da, da, da. Dann gehen wir da hin und da hin. Da, nichts. Dann gehen wir da hin, da hin. Da hin, da hin. Nix, nix. Was? Leute, was ist denn hier los? Ok. Ok, ja, let's go. Ok, Mann, Leute. Warum, dass ich jetzt so still bin? Aber ich muss mich grad mega konzentrieren. Na. Leute. Kann ich ja entwickeln? Neun Eisen. Mann, hätte ich jetzt... Jetzt muss ich stundenlang Gold abbauen. Ist mir aber auch egal. Tschüss. Ja, der Kaktus tut mir so schade. Ich muss das einfach. Ah. Mann. Ich hab ihn gegen den Kaktussturbel. Aber hab keinen Bock. Oh, der Kaktus. Nein. Mann. 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 da auch auch richtig ja ja Leute die Mauer ist endlich zerstört oh oh da hm oh 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 warte 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 ich da hingehe man komm da ist die Mitte Leute, ich so gut, ich bin so gut, nein, jetzt bin ich mitgekundet. Okay, dann passt du hoch, da passt du. Wieso das nicht funktioniert bei Kapus? Wieso das jetzt nicht funktioniert? Ich darf auch nicht kapieren. Spring! Spring! Hm, hm? Da? Ja, gut. Mann, ich lasse hier gleich aus. Mann, aber ein Glück weiß ich jetzt, wo das ist. Weil es immer geradeaus laufen. Okay, aber wir sind schon mal bei Diamant-Seite. Jetzt dauert es 2000 Jahre! Ich benutze jetzt mein Schwert, damit es schneller vorgeht. Leute, 2000 Jahre später. Und, Leute, es sind 2000 Jahre vorbei. Und es ist noch immer noch nicht fertig. 1000 Jahre später. Leute, 1000 Jahre später. Wir haben es eigentlich geschafft, Leute. Und jetzt kommen wir nicht rüber. Ah, wieder so lange warten. 2000 Jahre später. Wetter. Wetter. Wir haben jetzt wirklich richtige 2000 Jahre gewartet. Und das ist immer noch nicht fertig. Wenn das jetzt nicht bei 1000 Jahre fertig geht. Machen! Okay. Wir müssen wieder 2000 Jahre warten. Machen! 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 wir sind gleich nur bei diamant so ja leute wir haben es endlich geschafft wir müssen noch weiter hoch oh leute voll die diamantkugel ich könnte jetzt einen eisenspitzhackel brauchen oh das ist so cool und wir haben es geschafft leute ok ok hat er etwas holz ich habe 10.000 jahre mal sonst gelobt werden wir gehen jetzt einfach von den labyrinth raus machen wir dann noch weil wir ja auch überleben spielen werde ich mir jetzt meinen baum suchen dass wir bei der aufnahme natürlich eingepflanzt haben und dieses holzdach abbauen ja leute immer bereit bin ich ok komm nein wie lange geht denn schon die aufnahme 7 minuten kann ich mehr leben so ich will extra mehr erde mit denn jetzt kann man hier nie genug erde haben Nein, 5%. Oh Leute, ich habe gerade so Pech. Nein. Wächst eigentlich. Wächst. Mann. Leute, wie wir eine Diamant-Rustung machen, das sieht ihr auf jeden Fall bei der nächsten Folge. My Quark. Wie... Oh, nein, ich war es gar nicht. My Quark, My Quark, Tiro, was war, aber ich war, ne? So, das sieht ihr natürlich bei der nächsten Folge, wie wir eine Bein-Rustung machen. Und dann, bis dann. Ciao, ciao. Wenn ihr gut seid, dann macht immer eure Hausaufgaben und seid gar kein YouTuber. Weil dann vergesst ihr eben eure Schullinie. Bis dann. Und ciao. Ciao.